So, also ich bin jetzt hier beim Stadion, aber wo muss ich jetzt hier hin? Ja, hallo! Ja, hoi! Hallo! Vielleicht kann man sogar noch einen Pump abholen. Oh ja, hallo! Wo geht's jetzt hier? Hey, Loris! Ja, hallo! Hey, ciao Loris! Ja, Loris. Äh, Loris. 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 Ah, ja, Loris, auch Loris. Nein, Loris. Ganz herzlich willkommen bei uns bei dir. Danke. Aber welche Position spielst du genau? Ja, also ich bin gelernter Bänkli-Wärmer, aber gegen Manchester City kann ich auch im Sturm spielen. Oder auch Verteidigung. Also ich kann auch deine Position einnehmen. Hm. Ah, okay. Verteidigung. Oder Tor. Ha, 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 ha. Hier geht die Tür auf. Ich meine, ich schweizglück heim.